Vier Jahre nach der Abspaltung von Osram trennt sich Siemens von seiner restlichen Beteiligung an dem Leuchtenhersteller. Vier Jahre nach der Abspaltung von Osram trennt sich Siemens von seiner restlichen Beteiligung an dem Leuchtenhersteller. Über Nacht sollen gut 18 Millionen Osram-Aktien an große Investoren verkauft werden, wie der Münchner Industriekonzern am Mittwochabend mitteilte. Das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Osram steht jetzt auf eigenen Füßen, sagte ein Siemens-Sprecher. Zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch hat das Paket einen Wert von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Den größten Teil seiner Osram-Aktien hatte Siemens 2013 den eigenen Aktionären ins Depot gebucht, und Osram damit an die Börse gebracht. Zuletzt hielt Siemens noch etwa 17,5 Prozent an Osram. Der chinesische Halbleiterkonzern Sanan Opto Electronics hatte in Siedern zufolge Interesse an dem Aktienpaket, war aber auf Widerstand bei den Arbeitnehmervertretern von Osram gestoßen. Kreisen zufolge streben die mit dem Verkauf des Pakets beauftragten Investmentbanken Deutsche Bank und City einen Preis an, der bis zu drei Prozent unter dem Schlusskurs liegt. Im Späthandel hielten sich die Kursverluste mit 1,5 Prozent in Grenzen. Einige Osram-Papiere muss Siemens behalten, um eine Optionsanleihe bedienen zu können, die 2019 ausläuft.